Aber halt, die mittlere Abweichung hat zwei fundamentale Probleme. Erstens, Mathematiker und Statistiker rechnen sehr, sehr ungern mit Beträgen. Zweitens, die mittlere Abweichung inkorporiert nur den Median. Nur deshalb, weil der Median eigentlich ja ein Wert für Ordinaldaten ist. Der Kennwert für Intervalldaten, das war ja der Mittelwert. Wir hätten also eigentlich gerne ein Streuungsmaß, das den Mittelwert berücksichtigt und das zudem mit der Notwendigkeit der Betragsstriche aufräumt. Und genau da hat man sich die sogenannte Abweichungsquadratsumme überlegt. Die Abweichungsquadratsumme oder auch Fehlerquadratsumme oder einfach auch nur Quadratsumme ist schlicht und einfach die Summe aller quadrierten Abweichungen der n-Messwerte vom Mittelwert dieser n-Messwerte. Geschrieben wird das Ganze als Qs für Quadratsumme. Und diese Quadratsumme ist, wie wir es hier formelhaft aufgeführt haben, die Differenz zwischen einem konkreten Messwert Xi und dem Mittelwert X² quadriert und schließlich für alle Merkmalsträger aufsummiert. Die Quadratsumme nun erfasst die Streuung aller Messwerte um den Mittelwert. Je größer die Abweichungen der einzelnen Messwerte vom Mittelwert sind, desto größer wird auch die Quadratsumme. Nur dann, wenn überhaupt gar keine Datenstreuung besteht, ist die Quadratsumme 0. Denn dann ist ja jeder Messwert gleich dem Mittelwert. In allen anderen Fällen ist die Quadratsumme größer als 0. Und je größer nun die Streuung aller Datenwerte um den Mittelwert ist, desto größer wird natürlich auch die Quadratsumme. Wenn wir zwei Stichproben mit derselben Anzahl von Merkmalsträgern haben, dann ist die Quadratsumme natürlich für diejenige Stichprobe größer, bei der die einzelnen Merkmalsträger insgesamt die größeren Abweichungen vom Mittelwert aufweisen in ihren eigenen Messwerten. Das Problem der Fehlerquadratsumme steckt schon unmittelbar in dem, was ich gerade gesagt habe. Genau wie wir das vorhin kurz für die mittlere Abweichung besprochen haben, wird natürlich auch die Abweichungsquadratsumme mit jedem Merkmalsträger potenziell immer größer. Im speziellsten aller Fälle ist der Messwert einer Person genau gleich dem Mittelwert. Dann ist die Differenz 0 und damit auch ihr Quadrat. In jedem anderen Falle ist die Differenz entweder größer als 0, sofern der Messwert der Person größer als der Mittelwert ist, oder kleiner als 0, nämlich immer dann, wenn der Messwert kleiner als der Mittelwert ist. Diese Differenzen, egal ob positiv oder negativ, werden aber durch die Quadrierung immer positiv und damit steigt die Quadratsumme mit jedem neuen Merkmalsträger potenziell eher an. Wenn wir also zwei Stichproben haben mit verschiedenen Stichprobengrößen, dann könnten wir die Abweichungsquadratsumme nicht mehr einfach so miteinander vergleichen. Wir müssen also die Stichprobengröße berücksichtigen. Warum haben wir hier nicht wie bei der mittleren Abweichung gerade direkt dieses n berücksichtigt, nämlich durch den Faktor 1 durch n? Das liegt daran, dass die Quadratsumme oder Fehlerquadratsumme in genau dieser Form, wie wir sie hier aufgeschrieben haben, in vielen statistischen Verfahren vorkommt. Sie ist also eine Instanz, die wir tatsächlich nochmal brauchen werden und deswegen haben wir sie hier auch separat betrachtet.